Ja, also einen guten Tag zusammen. Ich bin gekommen, um mit euch über Datenschutz zu sprechen. Datenschutz ist klar, das muss nicht erläutert werden. Ihr wisst, was Datenschutz ist, ihr wisst, warum es Datenschutz gibt, beziehungsweise warum es Datenschutz geben sollte. Anfangen möchte ich mit einem Zitat von Peter Schaar. Den Namen kennt ihr, das war der ehemalige Bundesbeauftragte für Datenschutz. Er hat in einem Buch geschrieben, das jetzt neulich erschienen ist, im Sommer 2015, das Digitale Wir. Und da findet sich folgendes Zitat. Wenn ich als überzeugter Datenschützer weiterhin der Auffassung bin, dass staatlichem und privatem Datensammeln Grenzen gesetzt werden müssen, ist nicht zu leugnen, dass wir von diesem Ziel weiter entfernt sind als vor 20 Jahren. Das hat er geschrieben. Alle Bemühungen um Datenschutz, das kann man daraus entnehmen, alle Bemühungen um Datenschutz sind gescheitert. In den letzten 20 Jahren ist nichts passiert, das einem Datenschutz geholfen hat. Er stellt fest, dass jede Bemühung gescheitert ist und wiederholt seine Überzeugung, dass Datenschutz wichtig ist. Zunächst handelt es sich bei dieser Art von Überzeugung, bei dieser Auskunft, um ein ganz normales Manöver von Experten, das ihr kennt. Besonders kennt ihr das von Politikern. Da kann man das sehr häufig feststellen. Immer dann, wenn sie feststellen, dass all ihr Wissen und all ihre Bemühungen und all ihre Kompetenz nicht ausgereicht hat, um zu verhindern, was verhindert werden sollte, dann ändern sie nicht etwa ihre Überzeugung, sondern sie wiederholen sie einfach. Experten verzichten selten durch widerstreitende Erfahrungen oder durch widerläufige Erfahrungen auf ihre Überzeugungen. Experten geben nicht gerne zu, dass ihre Überzeugungen unhaltbar sind. Und aus dem Buch, das ich gerade genannt habe, geht nicht nur hervor, dass der Datenschutz gescheitert ist, sondern es geht auch daraus hervor, es geht auch nicht daraus hervor, dass er irgendeine Idee hätte, wie es denn gehen könnte in den nächsten 20 oder 30 Jahren. Kein Wort darüber. Er beschreibt in dem Buch eigentlich nur Dinge über die Entwicklungen, die sich ereignen in den letzten zehn Jahren. Und das ist nicht sehr interessant, was er da schreibt. Wenn ihr euch damit befasst, wenn du darüber Zeitungen liest oder sonst täglich oder wöchentlich etwas liest, dann bist du über diese Dinge informiert. Er hat in diesem Buch nur die Dinge zusammengeschrieben, die man ohnehin in der Zeitung lesen kann. Also ich kann dieses Buch nicht wirklich empfehlen. Nicht für diejenigen, die sich ohnehin damit befassen. Also es geht aus dem Buch keinerlei Vorschlag hervor, wie es denn in Zukunft gehen könnte. Und trotzdem zeigt er seine Überzeugung und zeigt sich unbelehrbar und unbeirrbar. Normalerweise würden wir solche Unbelehrbarkeiten oder Unbeirrbarkeiten würden wir normalerweise dem Charakter irgendwelcher Menschen zurechnen. Also wir sagen, die Menschen sind einfach stur oder die sind nicht lernfähig. Oder eine andere Möglichkeit, wie wir solche Unbelehrbarkeiten oder Unbeirrbarkeiten betrachten, ist, indem man das auf den Berufsstand zurechnet und sagt, diese Professionalisierung, die erzeugt irgendeine Art von Betriebsblindheit oder die erzeugt irgendeine Art von Tunnelblick und die sind dann irgendwie nicht dazu in der Lage, über ihren Tellerrand hinauszuschauen oder ihren Horizont zu erweitern oder was auch immer. Wir sagen also meistens, dass solche Art von Unbelehrbarkeit oder Sturheit, dass das irgendetwas mit Dogmatismus zu tun hat. Und ich halte einen solchen Vorwurf des Dogmatismus oder der Unbelehrbarkeit selbst für dogmatisch, weil derjenige, der so etwas behauptet, will ja von sich selbst wiederum glaubhaft machen, es besser zu wissen, es besser zu können und wirft anderen eben entsprechend nur Dogmatismus vor. Und ich halte das für wenig interessant, weil das ist ein ganz normales Verhalten von Experten, die wir kennen, egal ob wir nun über Datenschutz sprechen oder ob wir über Ökonomie reden oder ob wir über Medizin reden oder ob wir über Ökologie oder was auch immer reden, immer findet man dasselbe, dass ein Experte nach dem anderen es immer besser weiß. Und genau diese Besserwisserei, das ist also sozusagen, das ist die Aufgabe von Experten, das zu tun. Und entsprechend kommt man nicht weiter, wenn man ihn einfach mit Besserwisserei betreibt, weil dann reiht man sich nur ein in dieses Chaos und dieses Durcheinander der vielen Experten und dann kommt man nicht weiter. Außerdem meine ich, dass gerade durch diese NSA-Überwachung und nicht nur durch diese NSA, sondern vor allen Dingen auch durch diese Netzmonopolisten, Facebook und Google und durch diese vielen Datensozialen Netzwerke und diese ganze Digitalisierung, dadurch ist, meine ich, eine verschärfte Situation entstanden, die erfordert eine Lernbereitschaft oder die erzwingt eigentlich eine Lernsituation. Und ich meine nun, in einer Lernsituation stellt man erst mal fest, ich weiß eben nicht weiter und ich muss mich erst mal informieren und ich muss erst mal gucken, wie es geht. Oder in einer Lernsituation könnte man feststellen, man muss erst mal forschen oder sonst etwas. Und ich meine nun, in einer Lernsituation verbietet es sich, den Besserwisser zu spielen. Natürlich tun das viele, aber ich halte diese ganze Besserwisserei eigentlich für Scharlatanerie. Denn woher kommen die wenigen, die meinen, ich bin besser informiert als alle anderen, wenn man ja sehen kann, dass das, was diese Netzexperten, die meine ich vor allen Dingen, was tun diese Netzexperten? Sie schalten den Computer ein und klicken von einem Link zum anderen. Sie tun eigentlich nichts anderes als das, was alle anderen auch tun. Sie von einem Link zum anderen klicken, verschiedene Seiten aufschlagen, also auföffnen, dieses oder jenes lesen und dann schreiben und so weiter. Und behaupten dann, sie seien besser informiert. Und das halte ich für schabernack. Das ist dummes Zeug. Wir sind, keiner ist mehr besser informiert. Was natürlich niemand daran hindert, ist trotzdem zu behaupten, aber das macht die Sache lächerlich. Nun meine ich aber, dass Datenschutz eine ziemlich wichtige Angelegenheit ist. Und ich halte die für so wichtig, dass ich meine, man wäre besser beraten, einen solchen Dogmatismus und auf solche Besserwisserei zu verzichten. Ich sehe also daraus den Schluss, jedem Vorschlag zu misstrauen, von wem auch immer, der sagt, ich weiß, wie es geht. Also jede Art von Vorschlag. Es gibt Leute, die sagen, man müsste das nur effizient gestalten. Man müsste es ja nur vernünftig machen. Und dann ginge das schon. Diese Argumente sind auch eine Besserwisser-Position, die einfach sagen, alle Arbeit, die in den letzten 20, 30, sagen wir, seitdem der Datenschutz institutionalisiert wurde, also seit, sagen wir, 40 Jahren gearbeitet, weil die waren eigentlich alle, die waren eigentlich alles Stümper. Das stimmt nicht, sondern im Gegenteil, da wurde sehr viel gearbeitet, da wurde sehr viel Know-how verbraucht, da ist sehr viel Fleiß im Spiel und sehr viel Engagement und auch sehr viel Professionalität. Und diese Annahme, diese Einsicht verbietet es zu sagen, die sind einfach nur Stümper und die können nicht effizient oder vernünftig die Dinge begreifen oder regeln. Das lehne ich also ab. Ich lehne ab, jede Art von Erklärung, die lautet, die mangelnde Kompetenz der anderen ist Schuld am Scheitern eines Datenschutzes. Das ist eine primitive Position. Wenn man also fragt, woran ist der Datenschutz gescheitert, dann kann das vielleicht sein, dass man eine andere Frage stellen müsste und dass dann vielleicht der Hund irgendwo anders begraben liegen muss. Statt also die Frage zu stellen, was muss man tun, um da einen Datenschutz zu garantieren, was muss man tun, um einen Datenschutz sicherzustellen, würde ich erst mal fragen, woran ist er denn eigentlich gescheitert und kann man daraus etwas lernen aus der Antwort? Kann man daraus etwas ableiten? Denn Scheitern heißt ja nicht, dass man irgendwelche Schuldigen suchen muss, sondern das Scheitern kann ja auch sozusagen eine Krisensituation herstellen, aus der man lernen kann. Ich akzeptiere also nicht die Annahme, dass irgendwelche Experten mangelhaft kompetent sind und ich akzeptiere auch nicht die Annahme, die auch von vielen kommt, die sagen, das liegt an der Bevölkerung, die haben so ein mangelndes Bewusstsein oder so für Datenschutz. Die sind nicht kritisch, die haben keinen kritischen Umgang mit Computern oder mit Datensätzen. Auch das ist nur ein Vorwurf der mangelnden Kompetenz. Man kennt das auch aus anderen Diskursen, insbesondere in der Ökologie. Da wird immer wieder gesagt, wir brauchen ein kritisches Bewusstsein der Bevölkerung, weil nur wenn die Bevölkerung ein kritisches Bewusstsein hat, nur dann ginge das und wenn das dann eben nicht klappt, diese Konzepte, was auch immer sie sich ausdenken, dann liegt es eben an der Bevölkerung und der Experte rettet dann immer so seine Position und das leuchtet mir nicht ein. Dafür sind die Dinge doch zu komplex, als dass man sagen kann, die mangelnde Kompetenz der anderen oder das mangelnde Bewusstsein der anderen ist die Ursache dafür. Also als Erklärung möchte ich sagen, scheiden alle Versuche aus, eine Ursache dort zu suchen, wo man eine mangelnde Kompetenz der anderen finden möchte. Was bleibt dann als Erklärungsmöglichkeit übrig? Mir scheint nun, ein Datenschutz ist deshalb gescheitert, weil er allein als Rechtsangelegenheit behandelt wurde und jede andere Möglichkeit, die genauso in Frage kommen könnte, wurde prinzipiell ausgeschlossen. Und das möchte ich kurz erläutern, so gut es eben in der Kürze der Zeit geht. Es gibt im Normalfall, das ist eine völlig alltägliche Betrachtungsweise, die niemanden weiter irritiert, es gibt im Normalfall immer sehr viele Möglichkeiten, Daten zu behandeln oder Datensätze, sie zu behandeln, sie zu beobachten, sie irgendwie aufzufassen und zu beurteilen. Natürlich reden wir von personenbezogenen Datensätzen, aber es gibt ja nicht nur, nicht nur personenbezogene Datensätze sind Daten, sondern alles andere können wir als Datensätze auch auffassen, beispielsweise Kleidung. Wir können Kleidung als Datensatz auffassen. Und in welcher Hinsicht behandeln wir diese Datensätze? In der Regel behandeln wir Kleidung als Geschmacksfrage. Für uns ist Kleidung nur in Ausnahmefällen eine rechtliche Angelegenheit. In Ausnahmefällen, den kennt ihr vielleicht, eine Lehrerin beispielsweise, wenn die im Schulunterricht an sich ein Kopftuch aufsetzt, dann darf sie das, das ist überhaupt kein Problem, wenn sie nämlich das benutzt, dieses Kopftuch als Ausdruck ihres Geschmacks, ihres Kleidungsgeschmacks, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber gibt sie ein religiöses Bekenntnis zur Auskunft, dann kann man ihr das verbieten. Dann kann man also in dem Augenblick dann kann man in dem Augenblick den Kleidung als Rechtsangelegenheit verwenden. Ein anderes Fall, den ihr auch kennt, sind die Verwendung von Hakenkreuzen auf Pullovern oder sonst etwas. Man kann das als Geschmacksfrage verwenden, ansehen, Hakenkreuze, wenn man das so tut, dann wird man feststellen, an dieser Stelle irgendwann hört der Geschmack auf und dann kann man sich die Frage stellen, kann man denen das Zeigen von Hakenkreuzen verbieten. Also man kann dann aus Kleidung, aus dem Datensatz kann man Rechtsangelegenheit machen. Das machen wir in der Regel nicht. Wir behandeln Kleidung nicht als Rechtsangelegenheit, in der Hauptsache als Geschmacksfrage. Aber nur weil wir das tun, heißt das eben nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist. Wir kennen das aus dem europäischen Mittelalter. Das will ich jetzt nicht näher ausführen, aber das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Da gab es in den Städten tatsächlich Kleiderordnungen. Die Menschen wurden also tatsächlich dazu gezwungen, bestimmte Kleidung zu tragen, zu bestimmten Tagen, um ihren Stand zur Auskunft zu geben. Kleider getrennt nach Männer und Frauen, nach Arm und Reich und dergleichen. Und wenn die das nicht getan haben, wurden die dafür schwer bestraft. Da wurde also tatsächlich Kleidung als Rechtsangelegenheit verwendet. Uns ist das fremd, aber nur weil uns das fremd ist, heißt das ja nicht, dass es deshalb Quatsch ist. Auch Bilder sind Datensätze, die wir behandeln können als Rechtsangelegenheit. Wenn wir zum Beispiel danach fragen, wem gehört es oder wer hat es gemalt oder ist es eine Fälschung? Dann können wir natürlich sagen, die Behandlung des Bildes hat den Charakter einer Rechtsangelegenheit. Ja, das geht. Aber das ist ja nicht die Hauptsache. Sondern die Hauptsache ist ja in der Regel, dass wir Bilder als ästhetische Angelegenheit betrachten und dann uns fragen können, ist das Bild schön? Oder so. Und wenn wir sagen, das Bild ist schön, dann ist das eben keine Rechtsangelegenheit. Und wir würden, mal um diese etwas bekloppte Idee ernst zu nehmen, würden wir versuchen, aus ästhetischen Angelegenheiten eine Rechtsangelegenheit zu machen. Also sagen wir, es gäbe irgendwelche juristischen Vorschriften darüber, wie ein Maler ein Bild zu malen hätte oder zu gestalten hätte, dann würde das alles sehr schnell scheitern, weil nämlich die Ästhetik komplizierter ist als die Rechtsfrage, die man daran knüpfen kann. Die Rechtsfragen gehen ja mit der Unterscheidung erlaubt und verboten. Und wenn man Ästhetik unter dem Gesichtspunkt erlaubt und verboten behandeln würde, dann könnte man entweder nicht sehr viele Bilder malen oder sie würden alle gleich aussehen oder aber man würde ständig irgendwelche Gesetzesübertretungen herstellen. Dasselbe gilt für Müll. Müll ist in der Regel keine ästhetische Angelegenheit. Müll behandeln wir als Ordnungsangelegenheit. Und als solches können wir das auch auffassen. Müll, den will keiner haben. Aber das ist eben nicht die einzige Möglichkeit, wie es geht. Man kann auch hingehen und sagen, Müll ist ein Kunstwerk. Das machen Künstler. Und behandeln dann Müll unter ästhetischen Gesichtspunkten. Was auch immer man davon halten mag. Aber das ist der Art und Weise, wie man Müll auffassen kann. Und das führt natürlich dann dazu, und das ist wichtig, dass man Müll und Kunst verwechselt. Und diese Verwechslung, die ist dann zwar empörend, wenn also Kunstwerke wie Müll aufgefasst werden. Mag ja sein für den Künstler, aber gerade die Verwechslung macht ja darauf aufmerksam, dass man es eben so oder auch anders sehen kann. Dasselbe gilt für Waffen und Spielzeuge. Was ist eine Waffe? Was ist ein Spielzeug? Eine Pistole kann man als Waffe auffassen. Oder eben auch als Spielzeug oder auch als Sportgerät. Und das ist dann eben tatsächlich nicht dasselbe. Und voran kann man erkennen, dass das sehr verschieden ist, weil es nämlich dann irgendwelche Leute gibt, die kommen und sagen, das kann man vertauschen. Also wer beispielsweise Krieg spielt, wer Waffen benutzt zum Sport oder zum Spiel, der könnte vielleicht auch dazu in der Lage sein, Krieg zu führen oder Menschen damit zu erschießen. Ja, könnte sein. Aber das hat keine Notwendigkeit. Nur weil eine Verwechslung möglich ist, heißt es nicht, die Verwechslung informiert darüber, dass man die Dinge verschieden betrachten kann. Und dann werden wir, wenn wir das so weitermachen, verschiedene Datensätze, da können wir alle nehmen, die uns so einfallen. Computerprogramme, Werkzeuge, Schmuck, Maschinen, aber auch Tiere beispielsweise. Tiere können wir auffassen als einen Teil der Natur. Und wir können sagen, die sind nicht rechtsfähig, weil man mit Tieren nicht reden kann oder sonst irgendetwas. Also kann man Tiere behandeln wie ein Ding oder wie eine Sache, über die man verfügen kann. Das kann man so machen. Und wenn man es so macht, wenn man es so einrichtet juristisch, dann auf einmal kann sich zeigen, dass es Leute gibt, die sagen, ja, ist das die einzige Möglichkeit, wie man das betrachten kann? Kann man nicht schon glauben, dass Tiere, Affen beispielsweise, Menschenrechte oder Persönlichkeitsrechte haben dürfen? Ob das vernünftig ist, wiederum will ich gar nicht nachdenken. Ich will nur sagen, aha, man erkennt, wenn man das so auffassen kann, dann vielleicht auch anders. Und wir können die Liste fortsetzen, die Bibel, auch ein schönes Beispiel. Die Bibel kann man als ein religiöses Monument auffassen, wo irgendeine absolute Wahrheit geschrieben steht oder eben als einen Text, den man auf verschiedene Weise interpretieren kann. Alle nur denkbaren Datensätze sind auf jede nur denkbare Weise beobachtbar und behandelbar, nur personenbezogene Daten. Also ausgerechnet personenbezogene Daten sollen von allen anderen nach den Vorschriften behandelt werden, die Datenschützer im staatlichen Auftrag erlassen und sollen allein als rechtliche Angelegenheit aufgefasst werden und nicht anders. Also nicht etwa als künstlerische oder ästhetische Angelegenheit, nicht etwa als ökonomische oder als medizinische Angelegenheit oder eben als sportliche Angelegenheit oder schon gar nicht als religiöse Angelegenheit, nein, als juristische. Und wenn man feststellt, das ist ja genau dann der springende Punkt, wenn die dann Datenschützer feststellen, dass man diese Daten, personenbezogene Daten, tatsächlich auch anders verwenden kann, zu medizinischen Zwecken beispielsweise oder zu solchen, dann sagen sie, wir müssen immer danach fragen, ob die Auskunftsverlangen rechtmäßig ist oder ob die Auskunftsverweigerung rechtmäßig ist. Also wenn, dann eben immer nur nach der Unterscheidung erlaubt und verboten. Und nicht anders. Und jetzt, warum ist das eigentlich so? Das leuchtet auch ein, das muss nicht kompliziert erklärt werden, denn tatsächlich ist das ja deshalb so, weil wenn diese Datensätze irgendwo gespeichert sind und irgendjemand unrechtmäßig Auskunft bekommt, diese Datensätze dann verhindern, kann das für die jeweiligen Personen Folgen haben. Und zwar wiederum in rechtlicher Hinsicht. Das ist ja klar. Die Folgen können also sein, es wird behauptet, du hättest irgendeinen Vertrag unterschrieben oder es wird behauptet, du hättest dich da und dort aufgehalten und was auch immer und daraus könnte man dir nur einen Strick drehen und was auch immer. Wir kennen das. Also man erkennt, warum wird also die Datenschutzangelegenheit als eine rechtliche Angelegenheit aufgefasst und jetzt kommt eine Schwierigkeit. Das ist nämlich deshalb so, weil es so ist. Weil, weil nämlich die Daten, personenbezogene Daten rechtliche Folgen haben können, ich betone, haben können, ja nicht müssen, aber haben können und jetzt kommt der entscheidende Punkt, müssen sie als rechtliche Angelegenheit behandelt werden. Das ist eine einfache Tautologie, eine informationsarme Tautologie, das kennt ihr, eins gleich eins. Hier ist es nur etwas komplizierter, hier wird aus der Möglichkeit eine Notwendigkeit gemacht. Weil es möglicherweise eine rechtliche Angelegenheit ist, muss es notwendigerweise eine sein. Und dieser Zusammenhang, der hat einen tautologischen Charakter, ist aber keineswegs notwendig. Der ist keineswegs notwendig. Das ist nur entstanden, weil es einen Staat gibt, weil es die Irritation in der Gesellschaft gibt über die Verwendung von Datensätzen und weil es eben Fragen der Legitimität gibt. Und nur aus diesem Grunde ist das entstanden und nicht aus jedem anderen. Und das heißt, die Zusammenhänge können sich auch eben ändern. Soziologisch gesehen ist es eine komplizierte Frage, wie das eigentlich sein kann, dass aus einer reinen Möglichkeit der Notwendigkeit wird. Aber die Frage will ich nicht stellen, weil wir sind ja hier nicht auf der soziologischen Tagung. Ich will nur fragen, dieser Zusammenhang, auf den will ich nochmal zu sprechen kommen, nämlich auf diesen zirkulären Verweisungszusammenhang. Die Möglichkeit einer rechtlichen Angelegenheit verweist auf die Notwendigkeit einer rechtlichen Angelegenheit. Ich hatte am Anfang Peter Schaar zitiert mit der Einschätzung, dass eben ein Datenschutz gescheitert ist. Und er hält dennoch daran fest, dass es eine Notwendigkeit hat. Könnte man nun an eben diesem Scheitern des Datenschutzes ablesen, dass der Sachzwang, von dem die Rede sei und von dem Datenschützer gerne sprechen, dass dieser Sachzwang, einen Datenschutz herzustellen, vielleicht gar nicht in der Weise gegeben ist, wie Sie es gerne behaupten möchten. Es gibt ihn eigentlich gar nicht. Wenn wir die Zeit hätten, was wir heute nicht haben, mal einen Überblick zu bekommen über die Entwicklung des Datenschutzproblems, dann werden wir feststellen, dass das Datenschutzproblem, sagen wir, in den letzten 30 Jahren niemals gelöst wurde, sondern es wurde eigentlich immer nur größer. Das kann man an diesen Datenschutzskandalen ablesen. Jeder Datenschutzskandal, das war ja immer dann, wenn irgendwelche unbefugten Datensätze irgendwo veröffentlicht wurden oder freigelassen wurden oder was auch immer, jeder Datenschutzskandal war immer größer als die Skandale vorher, was eben damit zusammenhängt, dass natürlich auch die Technologie immer leistungsfähiger wurde, die Daten zu verarbeiten. So, dass eigentlich im Laufe von 30, 40 Jahren der Datenschutzskandal, ein Datenschutzskandal sich nach dem anderen abwechselte und immer größer wurde. Und mit dem Internet haben wir nun die Situation, meine ich, dass wir keinen weiteren Datenschutzskandalen mehr haben, sondern wir haben eigentlich nur noch einen einzigen und das ist das Internet selbst. Das Internet würde ich deshalb beschreiben als den größten anzunehmenden Datenskandal, den es gibt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch größere, dass es noch größere Datenschutzskandale geben könnte. Also das Problem ist ständig größer geworden und wurde nie gelöst. Und welche Folgen das gegenwärtig hat, kann man eben nicht genau beantworten. Also wird, und das ist eben genau der Punkt, auch die Datenschützer wissen es nicht, sie wiederholen einfach, was sie schon vor 20 Jahren gesagt haben, ohne angeben zu können, wie es geht. Und was können wir daraus lernen? Wir können daraus lernen, dass die Datenschützer weder Daten schützen, noch, dass sie geeignete Konzepte haben, wie es gehen soll. Sie schützen die Daten überhaupt nicht, denn dafür sind, sie erlassen nur irgendwelche Vorschriften, die in irgendwelchen Gremien diskutiert werden, in den Parlamenten beschlossen werden und daran sollen sich dann andere halten. Und wenn die das nicht tun, die anderen, dann schreien die immer Skandal und rufen Empörung und rufen nach neuen Gesetzen. Und warum geschieht das wiederum? Diese Skandalisierung und Empörung von Datenschützern, die geschieht, um eben diesen informationsarmen Zirkel zu verdecken, von dem ich gerade gesprochen habe, um eben aus dem, was nur möglich ist, eine Notwendigkeit zu machen, wiederholen sie ständig ihre Empörung und skandalisieren, um eben diesen informationsarmen Tautologie zu verdecken. Und die bemerkt man dann übrigens auch nicht mehr. Datenschutz wird nicht gebraucht, um Daten zu schützen, sondern um diesen zirkulären Verweisungszusammenhang zu verdecken und beziehungsweise zu unterbrechen. Und so entsteht dann auf einmal die Einsicht, dass Daten allein, dass Personenbezogene allein als rechtliche Angelegenheit betrachtet werden müssen. Und mit diesem Zirkel nun wird einfach nur, und das ist sozusagen der Trick, mit diesem Zirkel wird einfach ungeprüft angenommen und unterstellt, dass immer schon klar wäre, das ist jetzt der entscheidende Punkt, dass immer schon klar wäre, was denn personenbezogene Daten eigentlich sind oder besser, wenn man darüber eben Auskunft haben möchte, was denn eigentlich schon personenbezogene Daten sind. Also nicht nur, worüber sie Auskunft geben, sondern was denn eigentlich das schon ist. Und über diese Antwort, was sind personenbezogene Daten und worüber geben sie Auskunft, ist dann das, worüber dann die Datenschützer gebraucht werden, die institutionalisiert werden, die den eigenen Expertenstatus bekommen und alle anderen sind dann davon ausgeschlossen. Während wir nicht alle davon ausgeschlossen, darüber nachzudenken und mitzuteilen, was denn personenbezogene Daten sind und was sie besagen, während wir nicht alle, sozusagen, wenn ich das mal kurz formulieren darf, während wir nicht alle geknebelt, dann würde ein großes Durcheinander entstehen, dann können nämlich alles mögliche personenbezogene Daten sein und sie können sehr, sehr, sehr viel verschiedenes aussagen. Das einfachste Beispiel, das ihr kennt, ist die Postanschrift. Natürlich ist die Postanschrift ein Datensatz, der personenbezogen ist. Da steht mein Name drauf, meine Straße und so. Also, das ist ein personenbezogener Datensatz, aber schützenswert, sagt der Datenschützer, ist der nicht. Da sagt er einfach, das ist nicht schützenswert. Aus welchen Gründen, vernünftigen oder unvernünftigen Gründen auch immer, spielt die keine Rolle. Er bestimmt einfach und sagt, er ist nicht schützenswert. Wenn ich aber nun sage, ich bin, sagen wir, prominent, ich schreibe oder ich funke oder ich singe und was auch immer und ich bekomme irgendwelche Morddrohungen oder so etwas und ja, manche kriegen ja nicht nur Morddrohungen, manche kriegen ja auch Bomben ins Haus geschickt. Woraus man ja sehr wohl sehen kann, dass dieser Datensatz unter gewissen Umständen sensibel sein kann, das ist ja wohl klar. Dann sagt der Datenschützer, ja, das gilt für eine Minderheit, gilt das, aber nicht für eine Mehrheit. Und fertig ist er mit seiner Argumentation. Er braucht nicht mehr zu sagen, weil die Mehrheit, die ja auch andere Einwände bringen könnte, was personenbezogene Daten sind und was sie besagen, geknebelt ist. Die ist eben ausgeschlossen aus dem Diskurs. Versteht ihr, was ich meine? Denn würde man das zulassen, würde man zulassen, dass jeder irgendwelche personenbezogene Daten behauptet und würde man zulassen, dass jeder sozusagen darüber bestimmen könnte, was sie denn besagen, dann kann man das rechtlich nicht mehr regeln. Rechtlich kann man das nur dann regeln, wenn man die, wenn man, wenn es sich einrichtet, dass die personenbezogenen Daten relativ informationsarm sind, dass sie wenig besagen. Und nur dann, wenn sie wenig besagen, nur dann kann man sie rechtlich regeln, insbesondere dann, wenn man sie auf richtig und falsch hin beurteilt. Also richtiger Name, falscher Name, richtige Diagnose, falsche Diagnose oder so etwas. Und dann erst kann man fragen, richtige Person, die davon weiß, oder falsche Person, die davon weiß, richtige Auskunftsverlangen oder falsches Auskunftsverlangen, richtiges Auskunftsverweigerung oder erlaubte Auskunftsverweigerung oder falsche Auskunftsverweigerung, also verbotene Auskunftsverweigerung, dann kann man das regeln. Also wenn der Ausnahmefall der normale Fall wird, der Ausnahmefall, also die Informationsarmut von personenbezogenen Daten, der normale Fall ist. Aber was ist, wenn sich das ändert? Wenn also der Ausnahmefall nicht mehr der normale Fall wird, sondern wenn tatsächlich der normale Fall der Datenverwendung zum gesellschaftlichen Normalfall wird, nämlich, dass personenbezogene Daten alles Mögliche sein können und sehr, sehr viel verschieden aussagen können. Ob das nun deine Herzfrequenzen sind, beispielsweise dein Puls, sind das personenbezogene Daten? Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Es gibt ja solche Leute, die machen das. Messen ihre Herzfrequenzen, Pulsfrequenzen, ihr Konsumverhalten, die Wege, die sich jeden Tag gehen und alles Mögliche. Sind das personenbezogene Daten, ja oder nein? Und jetzt, wenn wir alle daran berechtigt wären, uns an diesem Diskurs zu beteiligen, entstehen großes Durcheinander. Also Datenschützer schützen keine Daten, sondern retten nur ihre Position und sie retten nur ihre Unverzichtbarkeit. In allen Fällen, was auch immer sie sonst besagen, in allen Fällen besagen personenbezogene Daten immer mehr als nur die Informationen richtig oder falsch. Und nur dann, wenn man sie so behandelt, kann man Verbindlichkeiten einrichten und nur, wenn man Verbindlichkeiten einrichten kann, und Verbindlichkeiten einrichten heißt eben, dass der Informationscharakter eben relativ, Informationsgehalt relativ eindeutig sein muss und nur dann kann man das richtig regeln. In allen anderen Fällen geht das eben nicht mehr. Woran scheitert also der Datenschutz? Der Datenschutz scheitert am gesellschaftlichen Normalfall. Und dieser Prozess des Scheiterns ist zugleich der Entwicklungs- und Entfaltungsprozess des Datenschutzproblems. Datenschutz wurde gebraucht, um diesen gesellschaftlichen Normalfall in Erfahrung zu bringen, denn der ist nicht selbstverständlich. Und dieser Erfahrungsbildungsprozess war auch begleitet durch den Umweg der Spezialisierung eines professionellen Expertentums, das sich auf den Ausnahmefall spezialisiert hat, nämlich auf die richtige oder falsche Verwendung von Daten. Und auf diesem Umweg hat sich die Gesellschaft darauf eingerichtet und hat ihre Komplexität in Erfahrung gebracht, hat sich differenziert und auf diesem Wege auch irgendwann das Internet hergestellt. Und jetzt auf einmal klappt das alles nicht mehr. Ich will damit also keineswegs sagen, dass Datenschutz nicht funktionieren könnte, nur er könnte, wenn wir glauben, was auch immer wir meinen, wie er funktionieren kann, bestimmt nicht auf dem Wege, dass staatlich eingestellte oder staatlich bezahlte Datenschützer irgendwelche Vorschriften darüber erlassen, wie es geht. Tatsächlich gegenwärtig, womit haben wir es zu tun? Wir haben es mit einem weiteren Lebensrisiko zu tun. Das können wir feststellen, wenn man sich die Entwicklung der Industriegesellschaft anschaut vom 19. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert. Man stellt fest, dass alle 10, 20, 30 Jahre sich die Menge der Lebensrisiken, auf die sich die Gesellschaft einlässt, vergrößert haben. Und keines der bekannten Lebensrisiken, die durch die Industrialisierung entstanden sind, sind je beiseite geräumt vorhin, sondern sie wurden immer professioneller behandelt. Denken wir Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit war am Anfang nur ein Problem von Landlosen, von landlosen Bauern. Und sonst wurde, sonst gab es überhaupt, vorher gab es überhaupt keine Arbeitslosigkeit und erst seitdem waren nur bestimmte, also das waren natürlich sehr viele davon betroffen und heute ist inzwischen jeder davon betroffen, die ökologischen Probleme, die Lebensrisiken, die wir kennen, die ganzen Gesundheitsprobleme, die wir kennen. Seit es die Atomkraft gibt, sind wir alle von diesen Risiken betroffen und zwar alle unterschiedslos betroffen. und diese Probleme bis heute weiß keiner, wie man Radioaktivität wieder einsammelt, einfängt. Wenn die Radioaktivität erstmal freigesetzt ist, ist sie für alle ein entscheidendes Problem. Es gibt noch mehr Lebensrisiken. Und zu den vielen Lebensrisiken ist jetzt der Datenschutz eben als weiteres Lebensrisiko hinzugekommen. Ich weiß nur nicht, wie man dieses Risiko minimieren kann. Es gibt natürlich Leute, die sagen, man könne das. Ja, man könne irgendwelche Software installieren. Das kann man sicher, aber ich habe da doch Zweifel, denn die Software braucht relativ informationsarme Input darüber, was denn herausgegeben wird und was nicht. Das heißt immer nur richtig und falsch. Etwas Drittes, also Schalter auf und Schalter zu oder wie man das auch immer nennen möchte, etwas Drittes lässt sich durch eine Software nicht regeln. Insofern glaube ich nicht, dass Softwarelösungen, die können einem ein recht gutes Gewissen verschaffen, sagen, ich habe meinen Datenschutz sichergestellt, aber ich glaube nicht, dass man damit gesellschaftlich und politisch Datenschutz regeln kann. Also, ich glaube, dass wir lernen können, wenn wir lernen, dass personenbezogene Daten eigentlich nur im Ausnahmefall eigentlich nur im Ausnahmefall rechtlich zu regeln sind und dann kann das auch funktionieren, im Normalfall eben nicht. Was eben nicht heißt, dass kein Datenschutz funktionieren kann, sondern eben nur nicht auf rechtlichem Wege. Das wollte ich sagen. Danke. Applaus Also zunächst, man kann datenschutz rechtlich regeln, dann wenn, dann wenn rechtliche Bestimmungen, wenn die Datensätze auf informationsarm behandelt werden können. Also wenn man eine Zuordnung hat, die es erlaubt, richtig und falsch zu unterscheiden. Dann kann man das machen. Dann kann man sagen, wer bist du, wer bin ich? Dann kannst du von mir wissen, wer ich bin, kann ich das von dir wissen und wenn ich von dir wissen kann, wer du bist, dann kannst du mich fragen, was hat dein Arzt zu dir gesagt? Dann kannst du mich fragen, was hat dein Arzt gesagt oder so und sage ich, habe ich das Recht, die Auskunft zu verweigern? Also sagen wir, du bist mein Chef. Aha, ich weiß, wer du bist, dann weißt du, wer ich bin, dann bin ich der Angestellte, dann kann ich sagen, okay, du hast kein Recht, das zu fragen und wenn du es fragst, dann muss ich keine Auskunft geben. Das ist klar. Unter diesen Bedingungen kann es funktionieren, wenn wir wissen, womit wir es zu tun haben, aber was ist, wenn wir es nicht so genau wissen? Wenn also weder das Auskunftsbegehren bekannt ist, ja, wenn nicht einmal ein Auskunftsbegehren vorliegt und wenn die Auskunftsverweigerung überhaupt nicht funktioniert, wenn also die Leute massenweise Daten preisgeben, was tun sie ja bei Facebook, massenweise oder bei Google, massenweise Daten freigeben, ohne, ohne, dass irgendjemand gefragt hat oder ohne, dass es irgendjemand verlangt hat. Es ist ja nicht so, dass du den Computer einschalten musst und erst mal deine Daten mitteilen musst. Das musst du nicht. Ja, aber die Leute machen es. Und in dem Augenblick, wo die Frage nach berechtigter oder unberechtigter Auskunftsverlangen oder Auskunftsverweigerung, wo diese Frage keine Rolle spielt, lässt sich das rechtlich nicht mehr regeln. Verstehst du, was ich meine? Nein, das ist eigentlich gar nicht abstrakt. Das liegt nur daran, weil wir uns sozusagen auf diesen Ausnahmefall in unserer Wahrnehmung spezialisiert haben. Der Ausnahmefall, ich weiß immer schon, worum es geht. Ist doch klar, ich weiß nicht auch, wenn ich sage, ich bewerbe mich mit meiner Arbeitsstelle, ich gehe zum Arzt, ich gehe zur Apotheke, ich fahre mit dem Auto über die Straße, die Straßenverkehrsregeln sind mir bekannt, der Apotheker ist mir bekannt, der Arzt ist mir bekannt, der Lehrer, der Schüler, mir ist alles bekannt. Dann weiß ich immer, mit wem ich es zu tun habe und dann kann ich auch wissen, ich kann wissen, wenn ich irgendwo aufschlage, ich bin Kunde zum Beispiel oder ich bin Angestellter oder ich bin der Chef oder ich bin ein oder wer auch immer und ich kann wissen, dass die anderen das von mir wissen. Wenn wir solche Verhältnisse haben, dann kann man das einigermaßen gut regeln. Aber wenn diese gesellschaftliche Sicherheit des Wissens um Rollen, des Wissens um Räume, des Wissens um die Frage, haben wir überhaupt einen Vertrag miteinander? Haben wir überhaupt einen? Wenn wir das überhaupt nicht mehr wissen, dann glaube ich nicht, dass wir das rechtlich regeln können. Und vielleicht brauchen wir es dann auch nicht mehr. Aber das ist eben nur eine Frage. Um das kurz zu sagen, wir haben zu Facebook und zu Google kein Vertragsverhältnis. Du hast zwar angeklickt, AGBs akzeptiere ich, aber du weißt kaum, was da drin steht. Und die wissen auch, dass du das nicht weißt, was da drin steht. Und die wissen es vielleicht selber auch nicht. Also du hast eigentlich gar kein Vertragsverhältnis. Weil du bezahlst nichts und es wird dir nichts geliefert und du schuldest denen nichts und die schulden dir eigentlich auch nichts. Also welches Vertragsverhältnis gibt es da eigentlich? Und wenn jetzt versucht wird, das rechtlich zu regeln, kommt eine ganze Menge Quatsch mehr raus. Ich habe das richtig verstanden, dass du meinst, dass wir das Problem haben, dass wir im konkreten Fall leicht entscheiden können, fast immer leicht entscheiden können, was richtig und falsch ist, was unsere Daten angeht, unsere Datenübermittlung, Beigabe, Preisgabe. Aber dass wir nicht in der Lage sind, dass für abstrakte, generische Falle, Fälle oder Fallklassen zu beteiligen. Wir wissen doch gar nicht mehr, wer überhaupt Daten sammelt. Also wir kennen Google und Facebook. Aber wir wissen doch, dass das nicht die Einzigen sind. Und wir wissen nicht, wer diese sammelt, wer sie weitergibt, wer sie verknüpft, wer sie sortiert. Denn es werden ja auch Daten verkauft und verkauft. Wir wissen das alles nicht mehr. Wir wissen nicht mehr, wer das in die Hand kriegt. Und wir wissen schon gar nicht mehr, was sie eigentlich sammeln. Also bei Facebook und bei Google ist es ja so, jeder Klick wird irgendwie aufgezeichnet. Also da gilt ja eben dieses Prinzip, sie löschen eigentlich gar nichts mehr. Und dann stellt sich doch die Frage, was wissen sie denn eigentlich noch über dich oder über dich oder über mich? Was wissen sie denn noch, wenn du schon gar nicht mehr weißt, wer sie eigentlich sind? Also sie, die anderen. Das ist irgendeine imaginäre Sphäre. Du weißt auch gar nicht, wo die Datensätze gespeichert sind. Also nicht einmal das. Ich habe ganz banal mich mal versucht zu erkundigen, ich schreibe einen Blog. Wo liegen eigentlich, ich habe das fremdgehostet bei WordPress und ich habe mich einfach nur mal gefragt, wo steht eigentlich der Server, auf dem diese Texte, die ich schreibe, abgelegt werden? Das war eine echte Suche. Also ich bin mir nicht sicher, dass ich, also ich weine irgendwo in Atlanta, stehen angeblich die Server, aber ich bin mir keineswegs sicher. Ich bin mir keineswegs sicher, dass die Auskunft verlässlich ist. Vielleicht auch in Kalifornien oder sonst wo. Aber das nur als Beispiel. Du weißt doch überhaupt nicht mehr, wo diese Daten liegen, was da für Daten liegen und du weißt doch gar nicht mehr, was sie doch besagen, etwa dein Klickverhalten oder dein Konsumverhalten. Du kannst dein eigenes kennen, sicher. Aber das heißt nicht, dass irgendwer anders, der dein Konsumverhalten beobachten würde, dann auf gleiche Weise über dein Konsumverhalten informiert ist, wie du es bist. Das ist damit keineswegs gesagt. Ist es dann nicht das eigentliche Problem, dass diese ganzen Sachen für uns nicht mehr direkt erfahrbar sind, wie unser Alltag, also das, was wir sensorisch direkt in uns hoch haben? Naja, das ist ja genau der Punkt. Worauf lassen wir uns denn da eigentlich ein? Und das ist eigentlich die interessante Frage. Also wir können die Frage stellen, was wissen wir eigentlich? Wir können aber auch die Frage stellen, was können wir nicht mehr wissen? Und ich glaube, dass wir das eigentlich auch nicht mehr wissen können und dass wir das nicht mehr wissen können. Und die Frage, und das ist eben nur eine Frage, die ich in Klammern setzen würde und im Konjunktiv formulieren wollte, die Frage könnte auch, müssen wir, also bräuchten wir es vielleicht auch gar nicht mehr zu wissen? Sicher, man kann ja sagen, wieso, das ist doch, wenn das doch irgendwer in die Hände kriegt, naja, wir wissen es doch, nicht wahr, dass die mit den Geheimdiensten beispielsweise operieren, wir wissen doch, dass da Willkür im Spiel ist. Und wir wissen doch, das stimmt, dass diese Daten, diese Geheimdienste, dass die nicht mehr die Bereitschaft haben, sich an Gesetze zu halten. Das wissen wir doch. Und das stimmt, das glaube ich auch. Aber die haben ja genau das selbe Problem auch. Also es ist ja nicht so, dass ich sozusagen nur das unschuldige Opfer bin, sondern auch die benutzen ja Computer und auch die hinterlassen Daten und jeder Geheimdienstmitarbeiter unterliegt der enormen Verdächtigung durch alle anderen, sowohl in der eigenen Organisation als auch durch die Nachstellung anderer Geheimdienste. Das ist ja klar, so kontrollieren die sich ja alle gegenseitig. Also insofern meine ich, ist immer nur auf Angst zu bestehen oder zu beharren, finde ich nicht die intelligenteste, finde ich nicht die intelligenteste Möglichkeit. Ich glaubte nicht, dass es ein Risiko gibt von Willkür. Das will ich gar nicht leugnen. Aber trotzdem nur auf Angst zu beruhen, überzeugt mich nicht. Glaub ich nicht. Warum? Vielleicht könnte man ansetzen, indem man sagt, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass ich über dich irgendetwas Zutreffendes weiß. Also man könnte mal sozusagen eine Unwahrscheinlichkeitsannahme formulieren und sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass irgendjemand über mich irgendetwas herausfindet, von dem derjenige sagen kann, es stimmt. Ist das wahrscheinlich oder unwahrscheinlich? Genau, es ist nämlich eher unwahrscheinlich, ganz genau. Es ist eher unwahrscheinlich und die Unwahrscheinlichkeit steigt mit der Menge der Daten, die ich hinterlasse. Die ich an verschiedenen Orten hinterlasse, die verschiedene Selektionsroutinen durchlaufen, dass ich mich frage, was weiß denn noch, und wenn tatsächlich irgendjemand käme, also was ja bis heute noch keiner einziger getan hat, der behauptet, der wisse etwas über mich, aber selbst wenn das geschehe, bleibt mir ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, stimmt nicht. Verstehst du, was ich meine? Also es ist ja nicht so, dass ich einfach nur ein Hamster bin in einem Rad, das von anderen gedreht wird und ich müsse mitlaufen. So ist das ja nicht, sondern ich kann immer noch sagen, jemand hat über mich etwas behauptet, irgendetwas über mich herausgefunden zu haben. Ich habe trotzdem die Möglichkeit zu sagen, stimmt nicht. Und die Frage ist dann, welche Folgen hat das eigentlich für mich, wenn das irgendjemand behauptet? Eine Folge, die wir erkennen, ist diese Belästigungswerbung, ja. Das ist eine Folge, aber ich glaube, dass wir damit gut zurechtkommen. Eine andere Folge ist die Polizeiwillkür. Das ist ein Risiko. Und welche anderen Folgen? Genau. Aber solche Probleme entstehen nicht, also solche Probleme sind Probleme der gesellschaftlichen Differenzierung und sind nicht entstanden durch Computerbenutzung, durch Internet, sondern solche Probleme sind entstanden durch die moderne Gesellschaft selbst. Also genau diese Probleme. Woran erkenne ich, mit wem ich es zu tun habe? Das war auch schon im 19. Jahrhundert beobachtbar. Auch schon im 18. Jahrhundert beobachtbar. Nämlich genau zu dem Zeitpunkt wurde das problematisch, als sich die alte Gesellschaft aufgelöst hat. Mit wem habe ich es zu tun und worauf kann ich mich einlassen? Und wen hindere ich oder wem ermögliche ich etwas? Das sind alte Probleme. Das sind keine neuen. Also da werden Informationen behandelt und es findet, was du meinst, da finden Exklusionsmechanismen statt. Also das heißt, man bekommt Kredite nicht, man bekommt vielleicht Zugang zu bestimmten Berufen nicht, oder man bekommt höhere Preise, höhere Preise, die man vielleicht gar nicht mehr zahlen kann. Also das sind die gesellschaftlichen Differenzierungen. Das findet statt schon seit 200 Jahren. Und nicht erst seitdem, sondern durch diese Computertechnik wird das Ganze sozusagen nur auf eine digitale Basis gestellt. und damit können diese Dinge sich sozusagen, werden die bekannten Phänomene auf eine andere Weise beobachtbar. Aber neu sind diese Probleme nicht. Und die sind nie gelöst worden. Also denken wir mal an das Beispiel Arbeitslosigkeit. Heute ist jeder von Arbeitslosigkeit betroffen. Jeder. Es gibt inzwischen schon arbeitslose Politiker. Nicht viele, aber es gibt es auch schon. Also man muss sich ja mal vorstellen, wie das entstanden ist. Am Anfang waren es nur landlose Bevölkerungen, die arbeitslos wurden. Das war ein Risiko. Das konnten die nicht selber lösen. Dann wurde einfach behauptet, die sind selber schuld. Und zwar deshalb, weil diejenigen, die etwa anderer Meinung sein konnten, die wurden geknebelt. Dann hat sich das herausgefunden, dass das ja nicht stimmt. Und dann auf einmal stellte man fest, im Laufe der Industrialisierung, dass immer mehr Teile der Bevölkerung das Problem bekommen haben. In den 80er Jahren waren es dann die ersten Akademiker. Dann waren es auf einmal Ärzte. Dann auf einmal Juristen. Und heute inzwischen sogar schon eine Politikerin, die die Hartz-IV-Reformen beschlossen hat, ist selber arbeitslos geworden. Also, damit will ich nur sagen, diese Dinge finden statt. Und damit differenziert sich die Gesellschaft und sie bringt ihre Probleme in Erfahrung auf diesem Wege. Und einfach nur zu sagen, ich weiß, was man dagegen machen kann, sind nur Versuche, innerhalb dieser ablaufenden Differenzierung sozusagen sich an Gesellschaft zu beteiligen. und du hattest dich gemeldet. Und dann ist das eine Frage, dass ich mich nicht mehr bei den Daten, die die Erziehung von mir als Erziehung vorhanden habe, was ich den Differenzierung oder was das nicht einfacher machen darf. Ich bin ja dafür, dass meine Daten nicht preisgeben werden, wenn ich einer Freundin von mir meine Daten verrate, im Vertrauen, gehe ich auch davon aus, dass ich mich zu meiner Versicherung fände, wenn ich mich gefragt habe. Aber darum geht es ja beim Datenschutz. Es geht nicht darum, dass diese Probleme vorhanden sind, sondern dass die Ausrüstung davon auch noch unterstützt wird. Aber ich sage, ich weiß nicht, wie ich das rauskomme. Also noch einmal, es hängt davon ab, worüber bist du informiert und wie bist du darüber informiert, wie andere informiert sind. Gut, wenn du also, wenn du deiner Freundin etwas über dich erzählst, einem Lehrer, einem Arbeitskollegen, einem Chef, einem Nachbarn oder wem auch immer, dann bist du ja immer darüber informiert, dass andere, dann bist du ja auch immer über die informiert. Du weißt ja immer, mit wem du es zu tun hast, weil ja immer Adressen im Spiel sind. Und du weißt ja immer auch, wie die Kommunikation, also warum sie überhaupt zustande kommt. Du hast Gründe für die Kommunikation. Also wenn du etwas sagst, du unterhältst dich mit deiner Freundin, irgendwelche Gründe findest du dafür, dich mit ihr zu unterhalten. Und dann kannst du auch, wenn, sagen wir, sie indiskret wäre und würde die Daten einfach weitergeben, diese Information, dann kannst du wiederum Gründe ermitteln, warum sie sowas tut. Ob dir das gefällt, ist eine andere Sache. Und darüber kannst du dann wiederum reden mit ihr, weil du ja eine Adresse hast, also eine Telefonnummer oder was auch immer. Und in dem Augenblick kann Datenschutz recht relativ gut funktionieren. Weil ja die Beteiligten voneinander immer recht gut darüber informiert sind, was dir die Daten eigentlich besagen. Aber wenn diese Adressen eben nicht mehr so eindeutig bekannt sind, wenn überhaupt nicht mehr bekannt ist, welche Adressen noch im Spiel sind. Wenn du überhaupt nicht mehr weißt, wer sammelt, wer wertet aus, wer führt das zusammen. Wenn du das gar nicht mehr weißt, dann stellt sich doch die Frage, was weiß da noch jemand über dich? Und wenn du einfach sagst, das sei doch wohl klar, dann willst du einfach nur annehmen, dass die Informationen über deine Datensätze informationsarm sind. Und das glaube ich nicht. Stimmt nicht. Nein, das macht die Sache kompliziert. Das ist ja genau, weil das kompliziert ist, geht man in dieser Komplikation aus dem Weg und reduziert das alles auf einen sehr primitiven und einfachen Standpunkt. Und sagt, mir ist eigentlich alles über mich selber bekannt. Und mir ist doch wohl klar, was meine personenbezogene Daten über mich besagen. Und dann würde ich sagen, ja, das mag ja schon sein. Aber wer will das wissen? Und was weiß dann ein anderer? Weil nicht klar ist, wer jetzt was über mich weiß, wenn er dann immer noch, sagen wir auch einfach ethisch korrekt, ich meine, die Daten, die man hier gesagt hat, hat man auch egal, ob sie jetzt noch vertreten oder nicht. Aber es ist immer noch korrekt, mich dann einfach zu verkaufen. Und darum geht es doch. Es geht ja nicht mal unbedingt da. Und darum passt jetzt jemand auf, die wird nicht veröffentlicht. Ja, darum, was die ganzen Buch sammeln, von dem ich überhaupt nichts weiß. Du kannst es doch nicht mehr. Es geht doch nicht mehr. Aber das ist doch das Problem. Ja, und dann würde man doch hingehen und sagen, also es geht so nicht mehr, da ist eine Wand, da ist ein stehendes Hindernis, da kommst du nicht durch. Und dann könnte man doch mal sagen, naja, so geht das nicht mehr. Und dann könnte man sich dann doch die Frage stellen, wie könnte es denn gehen? Und das ist dann eine Lernfrage und nicht etwa eine Frage, ich weiß schon wie und setze es dann durch. Du kannst es eben nicht durchsetzen. Du kannst, was auch immer du für vernünftig halten möchtest. Und auch die Piratenpartei ist nicht dazu in der Lage, da irgendwas durchzusetzen. Du kannst nicht für jeden PC ein Überwachungsapparat, eine Überwachungsfunktion einschalten und zu sagen, ich überwache, ich überwache die vollständige Ein- und Ausgang von irgendwelchen Daten und ich überwache, ob die richtig oder falsch mitgeteilt oder eingesammelt werden. Das geht nicht. Die Überwachung funktioniert so nicht. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Es funktioniert nicht. Ja, das ist klar, dass das nicht funktioniert. Ich konnte auch kein Gerät, wo mein Computer gekauft haben. Genau. Weil das ist ja auch ein Gerät. Genau. Aber ich verstehe schon, dass es schwer ist, dass da nichts Falsches rein- oder rausgeht. Aber ich finde den Ansatz einfach an. Ich will mal so fragen, warum hältst du es eigentlich für wenig naiv, zu behaupten, es sei wenig naiv, es sei eigentlich selbstverständlich, dass man etwas dagegen machen müsse? Warum eigentlich? Weil nicht selbstverständlicherweise es irgendwelche Folgen hat. Über welche Folgen, die deine Datenpreisgabe für dich hat, bist du eigentlich informiert? Ja, du kennst sie gar nicht. Ja, eben. Du kennst sie. Ja, aber du willst was dagegen machen. Dann frage ich nicht. Also du weißt ja nicht einmal, womit du es zu tun hast. Dann weißt du es. Aber etwas dagegen machen willst du. Warum hältst du das für wenig naiv? Das ist ja auch keine Frage. Das ist auch kein Problem. Aber das ist ja nicht problematisch. Dann tust du es eben. Aber der Punkt ist ein anderer. Du kannst dich doch dagegen wehren. Oder du kannst es versuchen. Denn das Recht dazu hast du ja. Aber du wirst mir doch zugeben, dass du an dem gesellschaftlichen Problem durch deine Intervention nichts ändern kannst. Das ist eben die Frage, ob das individuelle Angelegenheiten ist. Wenn das ja so wäre, so hätten wir es ja gerne. Ja, aber du weißt, dass deine individuellen Maßnahmen gesellschaftlich nichts ändern. Ja. Genau. Darüber bist du informiert. Ja. Ich glaube, dass das Problem der Modellierung ist. Also wir haben den Datenschutz, der an bestimmten Nadelhöhen angesetzt hat. Und nach Daten natürlich ausgeweitet auf die vielen tausend, hunderttausend Millionen von den Nadelhöhen, die wir heute haben. Also überall laufen die Daten durch. Bei Mobiltelefon, von Mikrofonen, von Meisterrechner, von Allsbehörden. Sie überlaufen die Daten durch. Und das ist einfach nicht mehr mit dem Datenschutz zu modellieren. Und das ist das, was ich von dem Vortrag verstanden habe. Und dass es deswegen nicht adäquat ist, als mit dem Datenschutz auszudehnen, auf diese neuen, viel-Money-Fallunger-Bereich. Ja, und was wäre von der Überlegung zunächst mal zu halten, dass die Frage, ob die rechtmäßige oder unrechtmäßige Verwendung von Daten, von personenbezogenen Daten, ein gesellschaftlicher Ausnahmefall ist? Was ist von der Überlegung zu halten? Und dass der gesellschaftliche Normalfall ein anderer ist? Was ist von der Überlegung zu halten? Was ist von der Überlegung zu halten? Ja. 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 Nö, das ist ja so eine Versuch, wie wir es dann gerne machen. Wir sagen dann immer gerne mangelnde Kompetenz. Stimpertum, mangelnde Kompetenz, wir sagen dann oder mangelnde Nachdenklichkeit oder so etwas. Aber schon diese Fälle, wo man zunächst sagen könnte, hier ist doch eigentlich ganz viel bekannt über die Beteiligten. Und wenn über die Beteiligten ganz viel bekannt ist, dann ist auch etwas bekannt über den Informationsgehalt von Datensätzen. Wenn auch darüber etwas bekannt ist, dann ist auch klar, was sie besagen. Und dann müsste es doch eigentlich gehen. Wenn die das dann nicht tun, könnte man es ihnen verliehen. Und wenn sie sich trotzdem nicht daran halten, könnte man sie bestrafen. Dann würde ich sagen, ja, das kann man ja machen. Das geschieht ja teilweise auch. Aber das löst das Problem. Ich sage, damit wird es nur verdeckt. Das ist genau das, was wir, das ist genau das, diese Bestrafung ist, die Soziologen nennen das, das nennt man Strukturschutz. Also die Bestrafungshandlung ist dann immer der Versuch, die Struktur zu schützen, weil man erkennt, dass es auch anders gegangen wäre. Du kennst die schöne Geschichte vom Kunstfälscher. Der Kunstfälscher fälscht ein Bild. Der kann das sehr geschickt machen. Und jetzt bietet er diesen Datensatz zum Verkauf an und behauptet, dieser oder jene berühmte Maler hat ihn gekauft, er hat das Bild gemalt. Und jetzt kommen die Experten, schauen sich dieses Bild an und sagen, ja toll, das ist ein ganz wunderbares Bild, das war bisher nicht bekannt oder so. Gucken, untersuchen dieses Bild und sagen, ja, das Bild ist echt. Und jetzt geben die ein Gutachten ab und jetzt geht es auf den Markt und jetzt wird es gekauft. Und jetzt kommt auf einmal heraus, dass sie sich alle getäuscht haben. Und was passiert nun? Es wird jetzt nicht die Frage gestellt, wie war denn der Betrug möglich, sondern es handelt sich um Betrug und der Fälscher muss betrugen werden. Dass der Experte, der das Gutachten schreibt, dass der ja an dem Betrug eigentlich beteiligt ist und dass ja der Käufer selbst an dem Betrug beteiligt ist, er macht ihn ja mit möglich. Es ist ja so, nicht nur der Fälscher macht den Betrug möglich, auch der Experte, der Gutachter macht den Betrug, auch das Aktionshaus macht den Betrug möglich, auch der Käufer macht den Betrug möglich. Alle sind daran beteiligt, aber, weil nun auf einmal alle daran beteiligt sind, und da heißt es auf einmal, was ist hier geschehen? Und jetzt sucht man nach dem Schuldigen und man findet den Fälscher. Und der wird jetzt bestraft. Und warum? Damit nämlich dieser ganze Zirkus, also durch Bestrafung dieses Fälschers, wird nun der ganze Zirkus gerettet. Das heißt, es kann dann nach selben Buster immer weitergehen. Man behauptet einfach, der Fälscher sei der Verursacher dieser ganzen Irritation und nicht etwa das ganze Geschehen. Das ganze Geschehen hat es ja hergestellt. Und mit der Verwendung von Datensätzen oder auch von Personenbezogenen, dann ist das ja genauso. Man geht dann hin und sagt, wir unterscheiden zwischen legitim und nicht legitimer Auskunft, Verlangen und Auskunftsverweigerung. Und wir tun so, als wenn das der normale Fall, der einzig relevante und normale Fall wäre. Und jetzt, wo wir feststellen, dass die Frage nach Legitimität gar nicht der normale Fall ist, das tun wir, das fangen wir sofort in ein Rechtsproblem an, nämlich wir fangen an zu bestrafen. Und sagen, um die Rechtsangelegenheit zu retten, wird jetzt der oder der bestraft. Und jetzt kann das Ganze weiter geschehen. Ohne, dass irgendetwas an dem Problem gelöst wird. Was die Datenmanipulation oder der sogenannte Datenmissbrauch herstellt, ist ja genau das, was im Kunstbetrieb der Kunstfälscher macht. Er macht nur darauf aufmerksam und sagt, seht ihr Leute, ihr habt es eben nicht im Griff. Ihr habt es nicht im Griff. Und der Kunstfälscher ist keineswegs der Verursacher. Weil er nämlich nichts machen könnte, wenn die anderen nicht mitmachen. Und das ist mit dem sogenannten Datenmissbrauch genauso. Das kann nur funktionieren, wenn alle mitmachen. Und nicht nur etwa die Versicherungsgesellschaft, die aus welchen Gründen auch immer, die Daten irgendwo hinkopiert, wo sie nicht hingehören. Du verstehst, was ich meine. So ist das nicht. Und wir gehen dann aber hin und sagen, die werden jetzt bestraft, um den ganzen Zirkus zu retten. Und dann würde ich sagen, dieser ganze Zirkus ist nicht zu retten. Das ist nicht so gut. Vielen Dank. Wenn du Gewissheit darüber hast, was personenbezogene Daten sind, was sie sind und was sie besagen, was ja nicht dasselbe ist, wenn darüber einigermaßen klar ist, und schon darüber haben wir ja keine Klarheit, aber wenn du glauben kannst, dass das einigermaßen klar ist, dann möchte ich sagen, dann kann man das auch regeln, ja. Aber das ist nicht normal. Das ist eigentlich nicht der Fall. Was sind personenbezogene Daten und was besagen sie? Und schon daran bricht es schon. Und wir haben ja das Problem in Erfahrung gebracht dadurch, dass wir sagen, dafür ist ein bestimmtes Experten zuständig, die ja eine Exklusivposition haben. Das sind ja diese Datenschätze. Eine Exklusivposition heißt, nur dort wird festgelegt und irgendwo anders, nur die in Gremien, in Ausschüssen, in Parlamenten, nur da haben die Mitspracherecht und du nicht und alle anderen nicht. Und nur die bestimmen darüber, was deiner informationellen Selbstbestimmung entspricht. Aber du bestimmst das nicht selbst. Du hast keine informationelle Selbstbestimmung, du brauchst, um sie zu wahren, einen, der sich darum kümmert. Und, ja, das heißt schon, es funktioniert eigentlich gar nicht, weil das eine Paradoxie ist. Du kannst über deine informationelle Selbstbestimmung nicht selbstbestimmen, sondern bist auf jemanden angewiesen, der es an deiner Stelle tut. Und übrigens, das gilt auch für den Datenschützer. Auch der Datenschützer selber als individuelle Person kann seine informationelle Selbstbestimmung nicht selbstbestimmen. So etwas wie informationelle Selbstbestimmung gibt es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, verstehst du das Argument? Das gibt es nicht. So, und jetzt könnte man ja sagen, wie schrecklich das ist. Na ja, wie schrecklich ist es denn? Ja, wie schrecklich ist es denn? Es ist nicht so, dass wir jeden Tag Angst haben müssen, die Straße zu betreten. Es ist nicht so, dass du Angst haben musst, dass du den Computer einschaltest oder so. Es ist nicht so, dass du Angst haben musst, wenn du einen Kreditvertrag oder einen Versicherungspolizei unterschreibst. Das ist nicht so. Denn wenn wir diese Angst hätten, dann würde das alles gar nicht funktionieren. Also es ist keineswegs so, wie die Datenschützer gerne sagen, die ja sagen, wenn Datenschutz nicht funktionieren würde, dann würden wir alle in die Gefangenschaft von irgendwelchen Raubrittern kommen, die mit uns machen, was sie wollen. Das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Ich leugne nicht, dass es auch in Zukunft beobachtbar eine zunehmende Polizeiwillkür gibt. Das glaube ich. Übrigens. Das werden wir in Zukunft beobachten. Polizisten, die immer weniger die Chance haben oder können oder wollen, sich an Gesetze zu halten. Aber auch dann, wenn man das beobachten kann, heißt das nicht, dass die Angst vor sogenanntem Datenmissbrauch die einzig interessante und relevante Beobachtungsposition ist. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Denn tatsächlich fragen wir doch mal ganz empirisch, wie groß ist deine Angst, wenn du den Computer einschaltest? Und Antwort, die ist nicht sehr groß. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Das stimmt. Aber das stimmt. Das könnte tatsächlich sein. Und genau auf diesem Fall, der Fall, den finde ich interessant. Es könnte eben, also nicht nur, dass klar ist, was personenbezogene Datensätze sind. Zweitens, dass nicht nur klar ist, was sie besagen. Sondern drittens, dass nicht einmal klar ist, wofür sie verwendet werden. Was eben bedeutet, das sagst du richtig, dass wir heute nicht wissen, wofür sie in 30 Jahren verwendet werden. Das kann eben sein. Aber dann stellt sich immer noch die Frage, welche Konsequenzen hat das denn für dich? Es könnte schlimme Konsequenzen für dich haben, ja. Aber das ist nicht die einzig relevante und nicht die einzig interessante Position. Das ist nicht so. Denn du musst ja sehen, dass nicht nur du dieses Problem hast, sondern alle anderen auch. Und es ist nicht nur so, dass du schlecht darüber informiert bist, wie die Dinge zusammenhängen, sondern alle anderen auch. Und übrigens auch Eric Schmidt. Man muss sich ja nun wirklich vorstellen, durch welche Gehirnwäsche wir uns auch gefallen lassen. Dieser Eric Schmidt von Google, der hat doch ernsthaft behauptet, dieses Zitat findet man in der Presse, Irgendwann hat er behauptet, 2011, wir wissen, wer du bist, wir wissen, wo du wohnst, wir wissen, wo du warst und wir wissen auch mehr oder weniger, was du denkst. Und er behauptet. Es wird zitiert. Und diese Gehirnwäsche lassen wir uns gefallen. Statt zu fragen und zu sagen, die können das überhaupt nicht wissen. Das kann der nicht wissen. Der kann nicht wissen, wer ich bin. Der kann nicht wissen, wo ich war. Der kann nicht wissen, was ich denke. Verstehst du? Das stimmt nicht. Aber genau diese Gehirnwäsche lassen wir uns kommen. Und solange wir uns das gefallen lassen, diese Gehirnwäsche, haben wir immer wieder diese Angst davor, was da wohl Schlimmes auf uns zukommen könnte. Facebook wisse alles über dich. Die wissen nichts. Das stimmt nicht. Aber eben mit dieser Gehirnwäsche sozusagen, und die betreiben wir ja so alle gegenseitig, wir stecken uns alle mit dieser Gehirnwäsche an. Statt das mal sein zu lassen. Und mal auf praktische, auf pragmatische Dinge zu reduzieren, das machen wir dann nicht. Gut. Ich nehme mal an, die Zeit ist vorbei. Weil ihr kommt, ihr wollt wahrscheinlich zu der nächsten Veranstaltung, ne? Ja. Es ist wirklich furchtbar. Alle glauben, Facebook bei Facebook, die wissen alles über dich. Die Antwort lautet nichts, aber auch gar nichts wissen sie. Es hat doch mal so einen Spaßvogel gegeben, der hat sich an Facebook gewendet. Und er wollte herausfinden, Facebook sollte ihm mal mitteilen, also das Unternehmen sollte ihm mal mitteilen, welche Daten es über ihn hat. Also er wollte von dem Unternehmen wissen, welche Daten er dem Unternehmen mitgeteilt hat. Das haben die ihm nicht gegeben. Und dann hat er prozessiert, und dann hat er Prozess angefangen, den hat er gewonnen, dann kriegte er eine PDF-Datei mit 20 Seiten. Und die konnte er so durchblättern, dann wusste er nichts, was er damit anfangen sollte. Der hat also eine PDF-Datei zugeschickt bekommen, und vor allen Dingen das Dünneste daran war, dass er erst mal sich legitimieren musste. Also er musste erst mal gegenüber Facebook, warum wendet er sich eigentlich an das Unternehmen, um herauszufinden, was das Unternehmen über ihn weiß. Die erste Frage, wer ist er eigentlich? Also er musste erst mal einen Personalausweis vorlegen, weil die ja nicht wussten, wer er ist. Sie wussten also nicht einmal, wer er ist. Deshalb musste er sich irgendwie authentifizieren. Ja, das weiß man eben alles nicht. Sie wussten ja nicht einmal, wer er ist. Er musste ja erst mal ein Authentifizierungsverfahren durchlaufen. Er musste erst mal sagen, wer er ist. Wenn doch dieser Erik Schmidt sagt, er wisse, wer ich bin, dann sagen Sie mal, wer ich bin. Also kann er nichts sagen. Er weiß nicht, wer ich bin. Verstehst du, das ist doch genau dieser Punkt. Der hat sich an das Unternehmen gewendet, um herauszufinden, was das Unternehmen über ihn weiß. Und die haben, die erste Frage von denen war, wer bist du eigentlich? Ja? So, und dann hat er eine PDF-Datei gekriegt und dann konnte er aufgrund dieser Datei, also nicht wissen, erstens stimmt, ist das eigentlich alles? Und zweitens habe ich diese Information durch meine Mausklicks tatsächlich dahinter lassen? Das kann er doch nicht herausfinden mehr. Das heißt, er kriegt also eine Handvoll Glasperlen. Kriegt er in die Hand. Und er hat eigentlich eine Scheiße zurückgekriegt. Er hat eine Scheiß-Anfrage gestellt, kriegt Scheiße zurück. Und er weiß nicht, was er damit anfangen soll. Verstehst du, was ich meine? Und da wird nämlich versucht, dieser Quatsch, der kommt deshalb zustande, weil nämlich versucht wird, etwas rechtlich zu regeln, das rechtlich nicht regelbar ist. Digitale Fingerabdruck. Der digitale Fingerabdruck. Ja, sicher kann auch. Nee, nee, nee. Damit können die etwas über diesen digitalen Fingerprint wissen. Darüber wissen sie etwas. Und darüber wissen sie auch sehr viel. Aber das heißt nicht, dass sie deshalb etwas über dich wissen. Was weißt du denn über mich, wenn du von mir weißt, dass ich einen schwarzen Pullover trage? Was weißt du denn dann von mir? Ja, sicher. Gut, aber es bleibt immer noch die Frage übrig. Was weißt du dann? Und die wissen nur über die Daten sehr gut Bescheid. Aber diese Daten über dich sind nicht identisch mit dir. Das ist eben die Frage. Das ist ja genau das, von dem ich sage, dass genau diese Relevanz nicht klar und eindeutig zu erkennen ist. Die ist nicht klar und eindeutig zu erkennen. Wir können das vermuten und wir können Angst davor haben. Aber nur, weil wir Angst davor haben können, heißt das nicht, dass wir deshalb Angst davor haben müssen. Was heißt das nicht? Verstehst du das Argument? Und was sie über dich wissen, ist beinahe null. Was sie sehr wohl wissen können, ist über die, das Muster, also sie können ja Muster analysieren, sie können analysieren, welche Muster du hinterlässt, welche Nutzungsverhalten du, darüber können die sehr viel wissen. Also die können sehr viel über ihre Daten wissen. Aber was deren Daten über dich besagen, darüber können sie nicht sehr viel sagen. Über ihre Daten können sie sehr viel sagen. Aber damit haben sie nicht sehr viel über dich gesagt. Verstehst du das? Was, wenn man diese Daten, also mehr Daten anmacht, oder die Cloud-Muster einsammelt? Das kann man ja machen. Das ist ja genau der Punkt. Also ich kann sehr viel über, ich kann Daten das einsammeln und ich kann dann sehr kompliziert Daten, Massen, ich kann so viel, ich kann wenig Daten einsammeln. Ich habe dann irgendeine Hypothese, eine Frage, ein Problem, das ich anwende, um diese Frage, dann diese Datensätze zu analysieren. Das ist ja, jeder Statistiker sagt das ja. Jeder Statistiker fängt an mit dem Satz, Daten besagen nichts, es sei denn, du stellst eine Frage. Aber diese Frage, die du stellst, die du an die Datensätze heranbringst, ist diese Frage geht aus den Daten nicht selbst hervor. Daten sagen nichts von sich selbst aus, sondern du brauchst Fragen, du brauchst Probleme, du brauchst Hypothesen, du brauchst halt irgendetwas, worauf du sie hinbefragen willst. Und diese Information, also die Information über die Frage, die du stellst, die ergibt sich nicht aus den Daten selber. Die Daten haben keine Selbstverständlichkeit. So, wo auch immer sie die her haben, das ist eine philosophisch interessante Frage, wo kommen Ideen her, wo kommen Hypothesen her, wo kommen Probleme her, das ist eine interessante Frage, egal, wo auch immer sie herkommen, sie kommt nicht aus den Daten selbst hervor. Und wenn nun die Daten daraufhin beobachtet werden, die Hypothese lautet zum Beispiel, diese Daten, die ich habe, sind Daten von dir. Das ist eine Hypothese. Dann kann ich jetzt über diese Hypothese mich immer besser informieren. Ich kann sortieren, ich kann filtern, ich kann verknüpfen, ich kann über meine Hypothese so gut, meine Hypothese so gut verifizieren, dass ich fast sagen kann, nee, das stimmt. Ich weiß alles über dich. Das kann ich sagen. Ich kann dann sagen, ich weiß alles über dich. Aber nur weil ich das sage, heißt das nicht, dass das auch für dich gilt. Das ist nicht so. Denn ich kann dich ja dann fragen. Ich behaupte nun, ich weiß alles über dich und konfrontiere dich nur mit meinen Ergebnissen. Du hast immer noch die Möglichkeit zu sagen, das stimmt nicht. Welche Möglichkeit habe ich jetzt nur zu sagen, deine Auskunft ist falsch. Dann mag vielleicht deine Auskunft falsch sein, aber die Frage ist doch immer, also du hast doch immer noch die Möglichkeit zu sagen, es stimmt nicht. Es ist ja nicht so, dass dir das irgendwie chirurgisch weggeschnitten wird, diese Möglichkeit. Die hast du immer noch und da stellt sich immer noch die Frage, welche Relevanz hat es für dich, welche Folgen hat es für dich, wenn irgendjemand behauptet, ich weiß was über dich. Oder vielleicht sogar, wenn irgendjemand sagt, ich weiß alles über dich. Welche Folgen hat das für dich eigentlich? Und dieser Erik Schmidt sagt, wir wissen alles über dich, das ist dieses bekannte Zitat, wir wissen sogar mehr oder weniger, was du denkst. Dann würde ich sagen, das ist ein Spaßvogel. Aber wir lassen uns das gefallen und weil wir uns das gefallen lassen, deshalb irritieren wir uns da und führen komplizierte Diskussionen, statt einfach mal zu sagen, das ist ein Hokus-Pokus-Trick, den die anwenden. Genau dadurch gewinnen sie nämlich ihre Macht. Und dass man ungeprüft diese Behauptung akzeptiert, hinnimmt, ungeprüft, ohne gründlicher und komplexer darüber nachzudenken, was wissen sie eigentlich? Außer der ständigen Wiederholung, dass sie alles Mögliche wissen. Was genau? Antwort? Tja. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle kann man das Problem versachlichen. Und versachlichen heißt jetzt eben nicht klären, sondern versachlichen heißt jetzt erst mal überhaupt darüber nachdenken zu können, dass wir so genau über diese Dinge, über die wir urteilen, gar nicht informiert sind. Erstens, so gut sind wir nicht informiert und zweitens, wir können uns auch so gut gar nicht informieren, denn bei wem und worüber. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle können wir das Problem, wenn nicht lösen, aber mindestens der Versachlichung zuführen. Und Versachlichung heißt dann auf Angst zu verzichten und Versachlichung heißt dann eben auch auf irgendwelche Hoffnungen zu verzichten und dann sagen, okay, wie kommen wir damit zurecht. Das wäre mein Vorschlag. Versachliche heißt, gib zu, dass du schlecht informiert bist und gib zu, dass alle anderen es auch sind. Und derjenige, das leugnet und sagt, ich bin gut informiert, die kannst du beobachten. Die würde ich unter Beobachtung stellen und sagen, ah, ihr wisst, ihr seid gut informiert, so, 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 drüber eigentlich. Die unter Beobachtung zu stellen, dann mal gucken, wie die darauf reagieren. Und das lässt sich technisch auch unterstützen durch Softwareassistenten. Ich bin selber kein Programmierer, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich halte das technisch für möglich, dass man irgendwelche Verhaltensmuster erratisch erzeugen kann durch Computerunterstützung, Aufrufen von Seiten, Anfragen, Suchanfragen, irgendwelche Klicks hinterlassen, die ein erratisches Muster zeigen, Bots programmieren, was auch immer. Ich kenne mich damit nicht aus. Na, ich bin ja nicht vom Fach. Aber das dürfte möglich sein. Und dann mal gucken, wo sind denn diejenigen, die sagen, ich bin genau informiert, ich weiß das. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der hatte diese Twitterbots untersucht. Die haben also festgestellt, dass diese Twitterbots tatsächlich inzwischen so gut sind, dass man fast nicht mehr erkennen kann, das Nutzungsverhalten von denen, das ist so gut inzwischen, dass man schon fast nicht mehr erkennen kann, ob es ein menschlicher Nutzer ist oder nicht. Weil die nämlich keine mathematische Exaktheit in ihrem, ne, weil die ja keine mathematische Exaktheit in ihrem Gebrauchs, in ihrem Verhalten zeigen, sondern eben ein Verhalten, ja, das eben tatsächlich erratisch ist, so wie also Menschen sich in der Regel verhalten. Und jetzt stehen sie da und wissen nicht weiter. Und dann würde ich sagen, das ist doch eine gute Nachricht. Es hat mal einen schönen Fall gegeben, da haben Leute, da hat es einen amerikanischen Twitter-Nutzer gegeben, der hat behauptet, er würde einen Bot betreiben, der sehr gut Antwort geben kann. Also eine künstliche Intelligenz. Und die haben sich mit dem unterhalten per Tweet und die waren alle erstaunt über diese wirklich guten Antworten, die der gegeben hat. Die haben sich gefragt, wieso, welche Art von Know-how besitzt der, dass dieser Bot also Dinge zur Auskunft geben kann, die er eigentlich nicht wissen kann. Oder, dass der gut informiert ist. Und was war der Trick? Das war kein Bot. Also er war keiner. Er hat das nur behauptet und hat damit die Leute durcheinander gebracht. Dann würde ich sagen, na schau an. Und gerade solche Experimente, die sind sinnvoll. Die scheinen mir sinnvoll zu sein, um das Problem beurteilen zu können. Sagen, seht ihr, wir sind schlecht informiert. Wir kapieren es eben nicht. Also kann man so als, ja, unter dem Strich sagen, wir wissen nichts, wir brauchen keine Angst zu haben und wir sollten alle Informationskanäle dedossen. Also unglaublich viele Informationen produzieren, die unsere eigentlichen Informationen passieren. Wir wissen etwas, aber alles, was wir wissen, reicht nicht aus, um das Problem verstehen zu können. Wir können etwas, aber alles, was wir können, reicht eben nicht aus, um es behandeln zu können. Und wir können verschiedene Dinge für möglich halten. Aber der Punkt ist immer, das findet in Gesellschaft statt. Und beobachtet dann daraufhin die Gesellschaft, die sich über diese Dinge irritiert und die Frage eben, welche Gewissheiten hat sie denn da noch? Ja, ja, ich warte auf ein Ende. Ach so, oder er hat sich nicht getraut anzufangen. Das tut mir leid.